Heute geht es darum, dass die sieben großen amerikanischen Technologiekonzerne an der Börse inzwischen mehr wert sind als alle Aktien aus Japan, Frankreich und Großbritannien zusammen. Es geht außerdem um die amerikanischen Inflationsdaten, die haben die Börsen diese Woche hart getroffen. Es geht um den Boom bei den deutschen Rüstungsaktien und in dem Zusammenhang natürlich auch Donald Trump und die NATO. Und warum man auch den Eindruck hat, eigentlich regiert inzwischen schon wieder Donald Trump und nicht mehr Joe Biden. Willkommen zur Wochenschau. Der Wahlkampf wird heißer in den USA und bei den Demokraten, da steigt die Panik. Wird Joe Biden mit Donald Trump überhaupt fertig oder muss man ihn jetzt doch noch ganz schnell auswechseln? Und viele glauben ja, wer die meisten Chancen hätte im Moment, das wäre Taylor Swift. Nur die wird nicht antreten, weil als Präsidentin, da verdient man ja nichts. Darum ist die neueste Idee, dass Michelle Obama jetzt ins Rennen geht. Und angeblich ist das ein Geheimplan der Demokraten. Klar, es muss jetzt jemand sein, der richtig populär ist. Barbie zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Oder man könnte auch einen von den Avengers aufstellen. Die sind auch sehr beliebt. Aber warum eigentlich nicht gleich Gandalf? Alle lieben Gandalf. Gandalf ist eine Führungspersönlichkeit und er sieht auch ein bisschen aus wie Uncle Sam. Und er ist ja auch ungefähr 50 Jahre jünger als Joe Biden. Und Donald Trump, der hat jetzt wieder alle geschockt. Er hat gesagt bei einer großen Wahlkampfveranstaltung von einem begeisterten, tobenden Publikum, NATO-Partner, die ihre Verteidigungsausgaben nicht zahlen, die würde er als Präsident bei einem russischen Angriff nicht verteidigen. Sondern er würde die anderen sogar noch ermutigen, bei was immer zur Hölle sie wollen. Mit anderen Worten greift Europa doch an. Ich stehe hinter euch. Und die Aufregung, die war natürlich groß. Das Weiße Haus hat gesagt, das sei dumm und beschämend und entsetzlich. Und Olaf Scholz hat gesagt, das sei unverantwortlich und gefährlich. Und der NATO-Chef Jens Stoltenberg, der hat gesagt, allein sowas schon zu sagen, das untergräbt die Sicherheit der NATO. Und im Kreml hat man sich wahrscheinlich königlich amüsiert drüber. Und ein Kommentator beim russischen Staatsfernsehen, der hat dann gesagt, schon witzig. Man glaubt jetzt wohl in den USA, dass Russland jetzt einmal im Quartal den NATO-Bericht durchgeht. Und die Länder, die nicht bezahlt haben, die werden dann von Russland bombardiert. Moskau in Kasso sozusagen. Russland treibt die NATO-Schulden ein. Und auf jeden Fall schön zu sehen, dass man in Russland auch den Humor noch nicht verloren hat. Ganz so einfach ist es natürlich sowieso nicht. Zumindest das jetzt mit diesem NATO-Austritt der USA, von dem wieder alle reden und der da an die Wand gemalt wird. Ich habe es neulich schon gesagt, der Senat in den USA, der hat letztes Jahr extra ein Gesetz verabschiedet, dass er mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen müsste, wenn ein Präsident aus der NATO austreten will. Damit genau das eben nicht passiert. Und Donald Trump selber sagt ja jetzt auch, warum, was wollt ihr denn? Ich habe die NATO doch stark gemacht. Ich habe denen ja damals schon immer gedroht, diesen Ländern. Und plötzlich ist das Geld von denen dann aber reingekommen. Und von allem anderen abgesehen, ich komme nachher noch darauf zurück auf das Thema, aber die Verteidigungsausgaben der anderen NATO-Staaten, die steigen jetzt deutlich. Auch Deutschland erreicht jetzt anscheinend das 2-Prozent-Ziel, auf das man sich ja verpflichtet hat, zum ersten Mal seit 32 Jahren. Und was aber eben auch deutlich steigt in dem Zusammenhang, das sind unsere deutschen Rüstungsaktien. Endlich haben wir auch mal wieder was, das so richtig gut läuft und nicht immer nur die blöden amerikanischen KI-Aktien. Rank. Letzte Woche sind sie an die Börse gegangen. Perfektes Timing. Der Chart hier ist von TradingView. Der Angebotspreis war bei 15 Euro. Der erste Kurs war dann schon bei 17,50 Euro. Und seitdem steigen sie fast jeden Tag zweistellig und sind jetzt schon bei 28 Euro. 2020 haben Volkswagen und MAN die noch an eine Private Equity Gesellschaft verscherbelt für einen Appel und ein Ei. Damals waren sie auch noch hochdefizitär, aber inzwischen sind sie schon fünfmal so viel wert. Weil, hey, die machen Panzergetriebe. Und ob jetzt im Leopard 2 oder im Ajax oder im Leclerc-Panzer, das Getriebe ist von Rank. Und die Auftragsbücher sind voll und in der Investorenpräsentation, da spricht Rank sogar schon von einem Rüstungssuperzyklus. Und außerdem ist es dann ja auch noch sicheres Getriebegeschäft. Das ist ja nicht selbstverständlich. Bei Autos hat man das zum Beispiel nicht mehr. Aber Elektropanzer gibt es eben noch nicht. Das Problem im Krieg und im Gelände ist immer die Ladeinfrastruktur. Deutschland hat jetzt also auch endlich wieder einen Boom-Sektor. Und überhaupt, wo ein Land gerade wirklich stark ist, das merkt man ja meistens bei den Börsengängen, Panzer und Birkenstocks, das sind wir. Und beides läuft super zurzeit. Und wir haben aber noch mehr zu bieten im deutschen Rüstungssektor. Die Hensoldt AG zum Beispiel aus Taufkirchen bei München. Sensortechnik für die Verteidigung. Radar, Laser, Zielmarkierungssysteme war früher mal ein Bereich von Airbus. Dieses Jahr hat die Aktie erst mal ziemlich korrigiert. Aber jetzt zieht sie eben auch wieder voll durch. Weil klar, in fünf Jahren wollen wir hier ja richtig kriegstüchtig sein. Und dann natürlich noch unsere gute alte Rheinmetall. Das ist jetzt hier der Fünfjahres-Chart, damit man das alles sieht. Die erste Rallye war am Anfang vom Ukraine-Krieg. Danach hat man sich kurz gedacht, naja, vielleicht war der Anstieg ja doch ein bisschen übertrieben. Aber er war natürlich nicht übertrieben. Und von dieser Korrektur aus hat sie sich dann die nächsten anderthalb Jahre auch noch mal mehr als verdoppelt. Was nicht so gut läuft bis jetzt, das ist ThyssenKrupp. Ist eigentlich auch ein großer Rüstungskonzern, vor allem Marine. Aber hat natürlich auch noch diese Stahlspate. Und die belastet immer wieder ziemlich. Und die wollten sie ja auch schon lang ausgliedern oder sonst irgendwie auch loswerden. Denn irgendwas wird da früher oder später sehr wahrscheinlich auch passieren. Und ThyssenKrupp ist jetzt aber auch nur noch ein bisschen mehr wert als drei Milliarden Euro. Rheinmetall zum Beispiel ist fast fünfmal so viel wert. Und ganz kurz noch ein Einschub, ein Hinweis, bevor ich es vergesse. Am Montag, da habe ich hier ja ein Video gemacht zu der Rede vom argentinischen Präsidenten Javier Milley in Davos. Die Standbauke von Davos, wo er ein flammendes Plädoyer gehalten hat für den Kapitalismus. Und passend dazu kriegen sie von mir jetzt eine neue Hauspost ja auch, wie schon angekündigt. Was sind die wirtschaftlich freiesten Länder der Welt nach dem berühmten Ranking der Heritage Foundation? Und wie kann man in diese Länder investieren? Und die Hauspost ist gratis für sie. Und diese Ausgabe, die geht eben morgen früh raus. Also tragen Sie sich noch schnell ein dafür, wenn Sie sie noch nicht kriegen, auf www.heinrichs-hauspost.de. Dann haben Sie morgen auch gleich nochmal was Schönes zu lesen. So oder so also und von ThyssenKrupp mal abgesehen vielleicht. Wir sind wirtschaftlich jetzt hier zwar nicht so wahnsinnig frei, aber wir haben trotzdem jetzt eben auch unser kleines Börsenwunder. Und wir müssen nicht immer mehr nur neidisch rüberschauen auf die amerikanischen Technologieaktien. Und was die betrifft, da haben die meisten Anleger ja schon vor Monaten wahrscheinlich gesagt, ja okay, da brauche ich jetzt auch nicht mehr reingehen, nachdem sie so gut gelaufen sind. Und so im Dezember, Januar, da ist dann auch nicht mehr viel passiert bei denen. Aber dann sind sie eben nochmal so richtig hochgezogen. Jetzt spätestens dann, als jetzt auch gute Zahlen gekommen sind von den meisten und gute Ausblicke auch speziell Mieter-Plattforms, die sind nochmal ganz stark rauf. Aber auch Amazon, auch da läuft das Geschäft jetzt wieder sehr gut. Und dann natürlich Nvidia. Am Montag haben sie Amazon beim Börsenwert überholt. Und gestern haben sie dann sogar auch noch Alphabet überholt. Ist das alles berechtigt oder ist das schon irgendwie bedenklich, dieser starke Anstieg? Das Problem liegt wahrscheinlich in der Positionierung der Anleger. Diese Woche ist wieder eine Umfrage rausgekommen von der Bank of America unter den Großinvestoren, die zusammen 568 Milliarden Dollar verweiten. Und es ist eklatant, die Großinvestoren, die sind eben massiv übergewichtet in den sieben großen US-Technologiekonzernen, in den glorreichen sieben. Es ist also mehr denn je der most crowded trade, der am meisten überlaufende Trade mit einem Anteil von 61 Prozent. Und mittelfristig ist es ja eher ein Warnsignal. Und auf Platz zwei steht da übrigens China-Aktien-Short mit einem Anteil von 25 Prozent. Jedenfalls dadurch, dass diese sieben Technologieaktien so gut gelaufen sind, ist der Börsenwert von denen jetzt höher als der Wert von allen Aktien aus Japan, Frankreich und Großbritannien zusammen. Sieben einzelne Unternehmen sind höher bewertet als drei große Länderbörsen insgesamt. Und die Grafik hier, die ist von der Deutschen Bank. Ich habe sie von Market Watch. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Ganz links der US-Aktienmarkt mit einer Gesamtbewertung von 50,4 Billionen Dollar. Und nur davon die großen sieben schon 13,1 Billionen Dollar. Und sie haben damit eine höhere Bewertung als China mit 11 Billionen Dollar und Japan mit 6 Billionen Dollar. Von Deutschland ganz zu schweigen. Und nur Microsoft allein ist mit 3,1 Billionen Dollar mehr wert als der gesamte britische Aktienmarkt mit 2,9 Billionen Dollar oder der deutsche mit 2,3 Billionen Dollar. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die großen sieben da nichts bieten würden. Die haben nämlich zusammen letztes Jahr einen Jahresgewinn von 383 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Aber der chinesische Aktienmarkt zum Beispiel, der hat doppelt so viel Gewinn erwirtschaftet. Und der deutlich kleinere japanische Aktienmarkt, der hat auch schon etwas mehr erwirtschaftet als diese großen sieben. Man ist also davon überzeugt am Markt, dass die jetzt eben noch deutlich weiter wachsen werden und mehr oder weniger irgendwann auch mal die Welt beherrschen. Das müssen sie auch. Aber so eine starke Konzentration auf einzelne Aktien, das kann eben an sich schon ein Problem sein. Das hier, das ist ebenfalls von der Deutschen Bank. Ich habe es von der Seite von Investopedia. Von 1926 bis heute. Wie hoch waren die wertvollsten 10% der Aktien am amerikanischen Aktienmarkt bewertet, relativ zum gesamten Aktienmarkt. Und wir sehen, die sind da jetzt relativ höher bewertet als im Jahr 2000 und genauso hoch wie 1929. Und in beiden Fällen hat es danach aber einen massiven, jahrelangen Crash gegeben. Aber auch wenn man an sowas jetzt nicht glaubt, dann weist doch zum Beispiel die Citigroup zu Recht darauf hin, dass wenn sich aus irgendeinem Grund jetzt die Stimmung verschlechtern sollte und Geld abgezogen werden sollte vom Markt, dass es dann gerade bei den großen Technologieaktien natürlich zu einem nennenswerten Abverkauf kommen kann. Einfach, weil alle da schon so massiv investiert sind. Man muss die dann auch verkaufen. Das ist jetzt keine Aussage natürlich darüber, ob die Technologieaktien diese hohe Bewertung verdient haben oder nicht, sondern es geht da einfach um das Problem der Positionierung. Ist es denkbar, dass es so eine Stimmungsverschlechterung gibt demnächst mal? Die Börsen sind ja auf Rekorden. Das CNN Fear and Greed Index, der war Anfang der Woche wieder bei extremer Gier. Und der Nasdaq und der S&P 500 Index, die waren auch technisch überkauft bis Montag. Am Dienstag sind dann aber die US-Inflationsdaten gekommen, die neuen. Und das war dann weniger schön. Die Januar-Inflation, die war mit 3,1 Prozent höher als erwartet. Und vor allem die Kerninflation, die war immer noch bei 3,9 Prozent. Die ist also nicht mehr zurückgegangen jetzt. Und vor ein paar Wochen, da hat man ja noch gesagt, vielleicht gibt es die erste Leitzinssenkung in den USA ja schon im März. Bis Jerome Powell dann wieder mal gesagt hat, so schnell wird es aber nicht gehen. Und man hat ihn aber wieder mal nicht ernst genommen. Und dann hat man gesagt, naja, okay, aber wenigstens dann vielleicht im Mai die erste Zinssenkung. Nur am Montag, da haben die Fat Futures dafür noch eine Wahrscheinlichkeit eingepreist von 52 Prozent. Am Dienstag dann aber nur noch von 36 Prozent. Die Erwartung auf eine Zinssenkung im Mai hat sich also innerhalb von einem Tag pulverisiert. Das muss jetzt noch kein Drama sein, weil die Anleger sind einfach super euphorisch zurzeit. Und vielleicht haben sie das alles in ein paar Tagen ja auch schon wieder vergessen. Aber insgesamt muss man doch sagen, auch wenn jetzt da nichts Dramatisches passiert die nächsten Monate bei der Inflation oder vom Wachstum her oder auch von sonst woher, dann wird da gerade doch irgendwie einfach ein Szenarium eingepreist, das einfach zu rosig ist, das zu ideal ist. Es muss fast zwangsläufig ein bisschen enttäuscht werden. Und darum ist es vielleicht auch nicht ganz falsch, wenn man kurzfristig ein bisschen Geld da jetzt auch wieder vom Tisch nimmt. Zumindest, wenn man gerade voll investiert ist. Wie ist es mit der Geopolitik? Die haben die Börsen ja anscheinend komplett vergessen in letzter Zeit. Kann von der Seite da auch mal eine Belastung kommen? Die USA sind schon wieder in schweren Gefechten im Nahen Osten. Die hängen da jetzt schon wieder voll drin, muss man leider sagen. Und dass sich das jetzt ausweiten könnte, zum Beispiel mit einem direkten Krieg, direkt mit dem Iran, das ist nicht völlig abwegig inzwischen. Umso bitterer, weil sie ihre Verbündeten da unten ja wohl auch nicht mehr 100 Prozent gut finden, was da so durchsickert. Und dann natürlich die NATO jetzt. Eine Schwächung der NATO in einer Zeit, in der in Europa ein Krieg tobt. Das ist ja das, was gerade passiert. Und wenn das vor 30 Jahren so passiert wäre, dann hätten wahrscheinlich die langhaarigen linken Wehrdienstverweigerer damals gejubelt und gesagt, Herrlich, endlich, wir sind keine Vasallen mehr der imperialistischen USA. Und die rechtskonservativen Patrioten, für die wäre damals aber eine Welt zusammengebrochen. Heute ist es genau umgekehrt. Aber wie das gelaufen ist, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Jedenfalls, es gibt jetzt natürlich einige, die sagen, Donald Trump, der wird das NATO-Bündnis, wenn er Präsident werden sollte, wirklich hinschmeißen. Dazu ist er imstande. Andere sagen aber natürlich auch wieder, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Das ist doch einfach nur eine Taktik von ihm. Der Punkt ist, dass es eben wirklich keiner weiß. Und er weiß, dass es keiner weiß. In den 70er Jahren im Vietnamkrieg, da war Präsident Nixon dran, hier links mit Henry Kissinger. Und was die beiden gemacht haben damals, sie haben irgendwann mal sehr bewusst das Image kultiviert, dass der Präsident möglicherweise verrückt ist. Die Mad-President-Strategy. Dass Nixon eskaliert, dass er nicht weiß, was er tut, dass er vielleicht sogar Atomwaffen einsetzt. Und Henry Kissinger hat das dann aber immer benutzt in den Verhandlungen mit den Vietnamesen. Er hat zu denen dann gesagt, ich gebe Ihnen ja recht, aber Sie wissen ja, hinter mir, da steht dieser Wahnsinnige. Und der ist komplett unberechenbar und das muss man einkalkulieren. Und damit haben die damals Druck aufgebaut oder haben das versucht. Und ich habe stark den Eindruck, dass es bei Donald Trump eben auch so läuft. Man hat das so oft gesehen in der ersten Amtszeit in den Handelskonflikten, bei Venezuela, bei Kim Jong-un. Die große Stärke von Donald Trump, das ist wirklich seine Unberechenbarkeit, dass man ihm eigentlich alles wirklich zutraut. Und das ist auch der Grund, warum er jetzt schon wieder irgendwie die Weltpolitik beherrscht gefühlt und nicht die amerikanische Regierung. Und nebenbei gesagt, diese Mad-President-Strategy, die funktioniert auch dann, wenn man wirklich verrückt ist. Aber ob Donald Trump jetzt ein Poker-Face ist und ein genialer Stratege oder ob er wirklich nicht mal alle Latten am Zaun hat, das können Sie hier jetzt dann unter sich selber ausmachen. Ich freue mich schon drauf. Denken Sie dran, dass Sie sich eben noch eintragen für die Gratis-Hauspost morgen, das Länder-Ranking zur wirtschaftlichen Freiheit auf www.heinrichs-hauspost.de. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über Ihr Kanal-Abo freuen. Bis nächste Woche. Alles Gute Ihnen. God bless America und Gandalf for President. Dankeschön fürs Zuschauen.